schon. Oh, ich hab wieder 600 plus. Juhu. Fachzeug im Kampf zerstört. Ach. Zamp... Ich dreh durch. Ich hab kein Schiff mehr, das mir unnütz rumsteht. Ich glaub, ich muss mich fast geschlagen geben hier. Ja, jetzt kann ich mal ein bisschen warten. Vielleicht erholt sich hier nochmal alles. So. Hier geh ich, glaub ich, gleich mal bei wieder allem auf Pause. Dann kommt hier wieder... Ja, egal. So. Strom aus. 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 Ökobilanz. Werte steigen. Aus. So. Muss ich hier echt jetzt die Produktion ein bisschen runterdrehen. So. Glas produziert. So. Hier kann ich Pause. 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 So. So. Was planen soll, ist der Füll. Oh, super. Schön. So. Hoffentlich erkenne ich das bald am Geld hier. Fahrzeug fertiggestellt. So. Fahrzeug abgeschlossen. So. Das wird jetzt zu Handelsroute 2. Äh. Falle abbrechen. Äh. So. Bist du in der neuen Handelsroute? So. Dann muss ich hier nochmal die Handelsroute kurz checken. So. Liefer ich hier? Achso. Nee. In die Dreier. Kunststoffe werden hin und her geliefert. Fisch. Ja. Passt. So. Schließen. Gucken wir hier mal hoch, was hier so alles im Lager ist. Ich muss mich hier mal wieder... Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. ...um alles kümmern. So. Jetzt hoffe ich. Oder auch nicht. Super. Ah. Jetzt gleich wieder hin. Hm. Hier habe ich ja keine Waffen, oder? Doch, habe ich. Zwei Stück. Juhu. Gleich so viele. Fahrzeug durch feindlichen Beschuss vernichtet. Ja. 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 So komme ich hier auf gar keinen Grünzweig. Alarm. Feindlicher Angriff auf eines ihrer Gebäude. Auf welches? Nicht schon wieder. Ach komm, jetzt wird es langweilig hier. Verpisst euch. Er hat das Ding wieder repariert. Na super. Achtung. Getränkevorräte gehen zu Ende. Jo. So. Kurz mal auf die Uhr gelunzt. Wie spät das ist. So. Ich glaube, das wird heute sowieso nichts mehr. Vor allem, weil ich jetzt gerade echt planlos bin, was ich machen soll. Beende ich mal die Aufnahme. Vielleicht schaffe ich es ja beim nächsten Mal. Ich sage dann tschö. Wir sehen uns. Hallo Leute. Da bin ich mal wieder bei Anno. Anno ruft halt wieder. Und ja. Ihr wundert euch vielleicht, wieso, dass ich heute wieder im Titelbildschirm bin. Ich glaube, ich habe die Mission 4 einfach zu sehr verkackt bei der letzten Aufnahme. Deswegen gehe ich her und starte die neu. Und versuche es besser zu machen. Ist aber jetzt kein Garant dafür, dass es... Am Ende werden die Maschinen. Ja, quatsch mir nicht rein. Ist jetzt kein Garant dafür, dass es auch wirklich hinhaut. Äh, ja. Ist ja doch eine ziemlich schwere Mission. Finde ich jetzt persönlich. Könnte ja auch anders sein. Vielleicht empfinde ich es einfach nur als schwer. Ähm, jedenfalls werde ich jetzt als erstes mal eine anständige Truppe zusammenstellen. Nicht, dass ich hier wieder gleich kläglich hier versage. So, Mission starten. Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Dort vorne befindet sich also Fathers Arche. Wer hätte ahnen können, dass ein Computer-Virus seine Systeme derart korrupieren kann. Ist denn gar nichts mehr von seinem ursprünglichen Charakter übrig? Offensichtlich nicht. Wie es aussieht, mobilisiert Fathers gerade seine Flugeinheiten. Vermutlich haben sie direkten Befehl, uns anzugreifen. Nicht nur die Luftwaffe bedroht uns. Auch seine Marine ist angriffsbereit. Ich werte das eindeutig als Kriegserklärung. Wir müssen mit ganzer Kraft zuschlagen. Und zwar jetzt. So, dann geht's mal auf hier. Befehlsgewalt über Global Trust Flotte wurde auf meine Systeme übertragen. Empfange neue Direktive. Vernichten Sie Fathers. So. Analysiere optimale Angriffstaktik gegen Fathers. Berechnungen abgeschlossen. Zielparameter evaluiert. Bitte bestätigen Sie. Analyse von Fathers Truppenstärke abgeschlossen. Zusätzliche Unterstützung durch die Fraktionen wird empfohlen. So, jetzt repariieren wir erstmal unsere Flotte. Bevor wir hier erstmal groß durchstarten, in der Zeit könnten wir mal ein bisschen auf Kohle kommen. Hier kann ich nicht hochdrehen. Hier genauso wenig. Es ist nicht immer leicht hier, aber anderen geht es viel schlechter. als uns. So. Euch nehme ich mal ein bisschen aus hier. Wie sieht's mit euch aus? Ah, euch zweige ich lieber nichts mal ab. Dann geht schon wieder der Fisch aus. Hm, hm, hm. So, wie geht's denn euch? Euch geht's auch gut. Ich reiß hier, glaube ich, noch ein paar Sachen ein. So wie das hier. Wird wohl nicht ganz so benötigt. So, was ist denn das für eine Mine? Eine Eisenmine, noch eine Eisenmine. Eine reicht, habe ich eine weg. Kohleproduktion. Ja, lass ich lieber mal. Man will es ja nicht übertreiben. So. Meine Schiffe trudeln hier ein. Ist auch toll. So, du, Frack, gehst mal hierher. Und, und, und. Die Firma hat oberste Priorität. Immer. So. Hm, hm, hm. So, mein, mein Schiff hier ist fertig. Was habe ich hier alles? Eisen. Ein paar panzerbrechende Munitionen. So, hier wollte ich auf Munitionsproduktion umstellen. So, du kommst hier aus dem Quark, bitte. Ökobilanz. Werte fallen. Hier mache ich auf. So, da muss ich aufmachen. Da muss ich aufmachen. Da mache ich auf. Dann kommt hier noch. Dann kommt hier noch. Und dann kommt hier noch. Eine Mumpelproduktion. So, was bist denn du? Ach, dich könnte ich abreißen. Dann kann ich auch die Munitionsproduktion hier mal ein bisschen starten. So. Gut. Das Schiff ist oben angekommen. Dann nehmen wir mal alles mit, was wir können. So, haben wir oben. Äh, huch. Das war's nicht. Da sind wir. So, dann fährst du hier hin nochmal. Ach so. Ach so. So, da habe ich mich ein bisschen verdrückst, wie immer. So. Du bist fertig repariert. Du noch nicht. Reparieren. Schön. Bitte. Bitte. Schnell. So, wird auch repariert. Perfekt. Dann hatte ich hier nochmal Probleme, weil ich hier alles in Produktionsstopp versetzt habe. Und hier mache ich hier mal die Glashütte nochmal auf. Also, ich hier nicht in Nöte komme. Die mich hier zum Verzweifeln vielleicht bringen könnten. Und die mich dann am Ende Geld kosten. So. Das baue ich aber hier noch. Baue ich zwei von denen. Und schicke die dann hierher. Das ist jetzt mein Sammelpunkt für meine ganzen Schiffe. Und dann rücke ich schön langsam immer vor. So. Zwei von denen vielleicht noch. Äh, huch. Na, komm. Ein paar Bauzellen nehme ich mit. Und ein bisschen Stahl vielleicht. So. Dann kommst du her und fährst hier runter. So, danke. Fahrzeug unter Beschuss. Verarsch mich. Machst du hier schon wieder... Nö, nö. Die U-Boote, die regen mich am meisten auf. Ich will aber jetzt selber keine U-Boot-Flotte bauen. So. Dann ist das eh gleich fertig. Fahrzeug fertiggestellt. Gut so. So. Musst du hier hin. Muss ich mal nur mal durchzzeppen. Ach ja, du bist auch wieder bereit. Kommst du hier hin. Dann lade ich mal auch ganze Zeug wieder ab. Vielleicht kann ich ja... So einen bauen. Ja, kann ich. Und dann mache ich hier oben auch den Sammelpunkt hin. Für meine Schiffe. So. Kann ich dann noch... Eine Viper? Nee, kann ich nicht. Ausgeladen ist alles. Dann muss ich hier... Hoffe ich, dass ich schon Munition parat habe. Ja, drehen.